Bei 900 ist es nicht mehr spielbar. So, bis der Lukas geladen hat, in der Zeit kann ich locker mal da noch aufs Klo gehen und so. Nice man. Nimm dich von hinten. Oh geil. Dein großen Hände. Hier auf bloßs Ende. So. Bitte nicht in der Mitte gehen, komm ich mal keinen alten Mann mit langen Bärten brauchen. Okay. Obwohl ich auf dem Tag gestehe. Als alter Chineser. Japaner. Geh weg. Was ist los? Ja, voll fertig. Ich will jetzt irgendwie mal pennen. Ich weiß aber, dass du dich darfst. Ich merke schon. Mit was startest du mit drin, ne? Im Journal. So wie die Router wie vorher noch. Oder was meinst du? Ne, das meinte ich gleich. Ich meinte mit welchem Spell. Ne, mit welchem Spell. Q wahrscheinlich, oder? Ja. Okay. AFK. Ich verzeih dir, aber. Geh nicht AFK. Boah. Der Mann ist auch mal wieder online. Der ist sehr... Alter, das ist sogar die Erde, gell? Der ist mir gar nicht klar. Ja. Ja, der Mann. Oh. Epic Troop, Mann. Oh Mann. Hab ich gar nicht. Warte, der Warwick out skaliert schon weiter. Okay. Ja. Kommt drauf an wie ein Farn du irgendwie verlierst. Ja, ich bin da wieder. Ähm. Okay. Farn sind nicht schon mit mir. Das ist okay. Du bist gut. Good job, Bro. Ja Mann. Ja. Hey, ich warte mal hier in der Stelle. Blinket mal. Die Base, oder? Oh, du hätt die Nasus springen müssen, ey. Die mit Joghurt. Geil Ich war wirklich nicht gut gegen ihn Am Anfang ist es wahrscheinlich malig oder? Bis jetzt konnt ich mich jetzt nicht beschweren aber Also am Anfang ist es malig halt ja Du musst schauen dass er einfach nicht hart verliert Und dann geht schon denk ich Jo Ja töten kann er mich eh nicht Ich werden auch nicht töten können Sogar das SS Wahrscheinlich weg Nevermind Der Bidisch verdreht Die Lane ist einfach nur witzig ey Beide sustainen sie permanent mit den scheiß Out-Attacks so Stell ich mir brutal witzig vor Ja ziemlich spannend und so Also Oh Ich kann nichts mehr drücken Loll DC Wer Ich hab'n DC Können wir Pause machen? Ja cool ja Dann machen wir kurz Pause Muss reconnecten Jo Jo Was ist da los? Was ist da los? Ja ich hab'n DC Passt schon Wenn er jetzt wieder da ist Okay 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 User left to a channel User left to a channel As you wish Miss Oh der Hook Oh der Hook Ein bisschen übertrieben Ach du bist nicht da? Okay Oh 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 So ist das SS übrigens So Komm einfach mal mit ey Ich hab'n nichts zu tun Nice Oh mein Gott Fuck 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 Du musst die Base oder? Ich hab'n zuerst mal Dann hat's schon wieder Full Dann hat's schon wieder Full Dann hat's kein Flash Dann hat's kein Flash ja Und Katen dann auch nicht für zwei Minuten Aber Wir haben da sind Jacks Ich hab'n Full Ähm Fury Wir können die fighten Ey Leute Tante Ihr habt jetzt ja nur Ein schönes First Blood Von uns an Von uns an Von uns an Ein Cutter Nein Zu spät Dumm Hm Meinst du es lohnt sich mit dem, früher habe ich Feral Flair mit dem Trinidad mehr gekauft, das neue Item, das stackt halt erst wenn ich es gekauft habe oder? Das war ein geiles Coot-Defeld, habe ich gar nicht getrackt, als ich mich darüber geflasht habe. Ja, stackt erst wenn ich es gekauft habe, aber das ist trotzdem nicht krass. Es gibt ja 40, also am Anfang hast du ja schon 40 Magic Damage, wenn ich es gekauft habe, Transtacks da drauf. Dein Feral Flair sollte dann mit 30 irgendwann Feral werden. Ja, das ist ein Biss. Fertig. Ja, die da sind. Das ist ein Biss. Ja, das ist ein Biss. Das ist ein Biss. Es war früher Leid hier mit drin, da mehr zu shunnen. Holy fuck. Tut schon wieder B gehen. Muss ich verarschen. Alter, gegen was spielt sie denn auf der botlane? Die hätte dich töten können. Ja klar hätte die mich töten können. Deswegen hat sie ja auch geflasht, aber sie hat halt dann das minion angegriffen. Warum hat sie den minion auto attackt? Weil sie ein Mädchen ist und lol nicht so gut spielen kann. Achso, das ist das Mädchen oder wie? Ja. Ah, genau. I got it. Geh auf die Jender, geh auf die Jender. Nebel, lass den Tentakel bei dir. Hä? Pass. Jürgen die wieder gerackt haben, Alter, müssen die mad sein. Dann so close uns zu ficken und dann kriegen sie wieder aus dem Arm. Ah. Ach, sief. So mal top, nein. Also im Moment habe ich noch keine mana für euch. Ja, Mann. Der flash. Ja, da hab ich aber nicht gewusst, dass die Quo an ist. Ja, der flash war nicht eben. Na ja, es ist zu. Hä, was. Pass auf, ne, wenn der ult hat Ne, ich hab auch ult, also Ach so, das stimmt Nein, man, die sind immer noch nicht sechst, lol Keiner sechst Die Drea hat die Ulti voll in die Fresse gepallert, das man Da ist Chex Oh, ich hab Achtung nach zu farmen, ich darf definitiv gar nicht mehr farmen Der SSS Dopplerin kann man ja gar nichts lernen oder so, da kann man ja einfach nur topschütteln Weiß Drei Helden, die sich einfach die ganze Zeit Angreifen, aber in der gleichen Sekunde hochheilen, die langweilig Ja, ne, wir müssen jetzt aber schützungsheilter sind Weil das macht er, ja gut, das kann er Ja, das stimmt Aber das ist schon langweilig, du kannst nur sagen, was du willst Ja, das liegt im Auge des Bedrattes, ich find So was wäre ich, schön Da kommt ne Cutter Habt ihr noch was? Ja Der selbst als Nase-Spieler irgendwo fahrt, der kämpft nix in seine Loll Ja Boah, der Grabmann kann da keinen Flash machen Was? Dach ist nicht Dach ist nicht Der Warwick viel, viel stärker wird als den Chogat mit Freeform Ja man munkelt Was das war jetzt? Ja, Chogat wird's halt ultra-useless sein Nee, das ist nüt Kommt einfach vor wie er spielt, ne? Wenn er Full Tank spielt, dann ist er schon useful Chogat musste schon ein bisschen... ...Wenn ihn gewinnen, weil das ist ja leh ...Irgendwo Voll nice escape bei Chogat Noll, okay Cutterbot, 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 Cutterbot Die können wir killen, können wir killen Die können wir easy killen Ja, wenn der Dingens ulti abbrecht Ja, die will nicht mehr Jax ist top lane Pass mal auf Oh, weißt du nicht, dass du ein bisschen weiter reinkommst? Ja, wir haben noch ein paar Mana für Ulf Ja Ja, wir sind auch gar nicht am Start Weißt du, meine Mana-Barriere ist so big, Alter Hol die mal Keine Ruhe Keine Ruhe, man Ich hab grad gefaked Ich komm mal top... Weee... Mal auf die top lane, Jungs, genau Ja, da will ich was fressen Ja, ich bin zwei weg Ja, ich bin zwei weg Ah, gut Ich kann's nicht der Blitzbinder und killen Ja, ich kann mal killen die bei mir Ja, das stimmt doch, das ist schon echt heftig, langweilig Ich bin dein worst nightmare Du hast 12, der Dive gegen den Kuss Oh so was der immer noch doch willst du nicht in den Bitt ich mir sind noch nicht mehr gezeugten die sind ja ansteigen das Blubuff haben Ich komm dann nochmal Toplane Wann hast du wieder Ulti? Jetzt Ich komm Oh fuck Ich hab dich nicht verklickt Good job Das sind Jax Ah ok LOL Passiv War der Jax bei euch? Ja Ja Genau Wann der kommt Mal Cut Er ist auch müssen Das ist ja tot Das könnte jetzt auch wieder auftragen Nice Oh ok Passt das wenn ich TopDown push oder? Jaja Das wird jetzt noch nicht passen wenn die Nasus wäre aber das ist so schlecht Ich weiß nicht fließen kann Hm Ja Ja Du hast gesehen wie fett meine Mana Barriere ist alter Jaja Fett als deine Mom Vielleicht so aber Cut the Rack so Jaaa Jungs wie ist denn das morgen so geht da zocken aber Ja Ja Bist du da oder? Ja sowieso ist das Ding Ah na wir wollten ja ins Radl Fuck wir wollten Radl fahren gehen Echt oder? Ich kann gleich auch nicht fahren wenn ihr kommt Ja man Echt oder kommt ihr auch Entweder Radl oder zocken Schauen wir mal Geben wir nicht zwei Schmaß Oder zwei Ja Ja Dann bin ich raus Dann bis morgen Irgendwo entweder im Test oder beim Radl Oder Ja wir schreiben halt auf Wot So machen wir das eh So machen wir das Gut Wie Bist du dabei? Geil bei was Wie? Der was? Nein Hahaha Das Scheiße Ich glaube jetzt von Anfang an Wut sind bei uns im NDR Das wird nicht falsch Ich glaube jetzt von Anfang an Juuu der stirbt was Oder auch nicht Da machen wir überhaupt keinen Schaden Lo Lo Die Gate die hat ja nicht ganz so stark reinlassen Das ist ja Los Das geht doch in unserem Zeugzeug Abspüß Lo Lo Da Machst du nix mehr Oh mein Gott, hab ich die nicht gesehen, oh fuck Hahaha Ich wollte die killen, ich hatte 33 Sekunden ulten Das Geile ist halt echt wie stark, wo er den Tor pushen ist mit seinem Relade Oh Gott, der kommt auch drauf, oh Oh, das war schon Ja wow, das ist schon ein guter Pick gegen 2F-Level Ja, du bleib dort, sie fix! Ja, pass auf, wir sind weg von der Top-Lane Ze fix! Ich hab Teleport für das zu mir gehofft Ich hab übrigens keinen Ignite Mach den Deep-Name-Damage Was ist da? Oh, schon Ja, du warst Exhausted während du coolt hast Ja, Mann Ich denke, es ist ja nicht die Gegner, wenn sie diesen... Ding... Ding... Nur wenn sie tappt da... Ja gut, gehen wir mal Oh, der Damage ist... Ja, sie hat trotzdem schon riesen Schwere Doch, hat's ja krass Nein Ja, die muss ich nicht machen Kann ich Blue verformen? Oder, das müssen wir in den Tefelhaus machen Achso, stimmt Komm schon, ich bin schon selber Ja Cool, gerne wieder da Ah, was ist das in Tefel fähig? Ja, Michi, das ist ja entkrass mit dem... Advanced Warfare-Ship Schon, oder? Zensur Ja Ja Schon assi irgendwie Und das witzige ist, Battlefield, also EA Games Die promoten das ja, die machen ja auch Facebook-Posts und machen Gauri quasi drauf Schaut mal, was wieder für ein Glitch aufgetaucht ist Also, die vermarkten das komplett anders Und Activision baut halt irgendwie schon scheiße damit Okay Ja, der Chex hat gerade hinterher geflasht Nachdem ich Kittel seinen Stun geflasht Ah, der ist das S Next Level Alter, was läuft nicht da? Tom, Tom warst du so gesloten? Nein, Smile, Smile, Smile Ja, ich krieg ihn trotzdem Komm her, komm her, komm her Du bist ein Aser Fickst du ja nicht mal? Fickst du ja nicht mal? Ich hab den Smile, ich hatte ihn gleich gekriegt, glaub ich hatte den Smile auch noch mal Fickst du? 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 Die Zeit ist schon so wurschlich Ich hab vorhin auch gut weg gespielt Hast du's schon? Oh, jetzt kommen sie an Oh, ja Oh! Gremot ist ein Schnellzeug Boah, wollten sie mich anwarten Ähm Wollen wir den ChoGov killen? Hast du Lust? Oh, er ist nicht mehr da Ach da ist er, ok ich komm Naht, kommt nicht mehr da Ich bin nicht mehr da Ignite Ich bin ein Kill Oh shit Oh, ich komm hinter Fokus, Jenna! Fokus, Jenna! Fokus, Jenna! Loi, will ich sterben? Die Cage steht bei uns da Sein Oh, der kickt auch Oh, jetzt macht's aber schon Viel Schaden Race, Race, Race Oh nein, das ist ein Infinity Cage, Alter Kauf mir jetzt den neuen Ohmwrecker, glaub ich, Mann Der ist gar nicht so schlecht, eigentlich, irgendwie Okay Und okay, Mann Das hat dann da aus Ja, Mann, oh mein Gott, das ist geil Ich darf Engel eigentlich nur aus Legits, oder? Aus von mir Legendary Ah, lol, er versucht's erst gar nicht Was ist das? No-Joker, oder was? Guter Appear, Mann Boah, Big Joe, das hat ja interessant Wollt nix sagen Ja, ist er sicher stark, aber Ja, bist der Tankkipper dabei bei Mit seiner, äh, Slack-Song Ja, ja Ja, wer hat sich vielleicht schon mal Irgendwas Defensives geholfen Ja? Hoffentlich Oh 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 Nein Eine Sekunde auf meiner Ultima, fuck Oh, da ist er Oh, da ist er Da ist er eigentlich endlich in Unity Edge, fuck Liebe, geht da, Mann Oh, 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 oh Ich bin gespächter Die Ehe von Warwick ist einfach nur so geil Ich hab' denn mit ihnen in 싶 Ja, denn weil ich in die Späße ein ganzes Spiel glaube ich Ja, dann weil ich in die Späße so ein ganzes Spiel glaube ich Ja, dann weil ich in die Aber die Jourette macht halt die Ulti, ich will euch Wann hat er nicht, der Jax das Armourpin-Item? Keine Ahnung Ist doch eh befehl eigentlich, oder? Na, früher war man dann auch fail, oder? Ja, ich weiß nicht, Armourpin lohnt sich ja überhaupt nicht auf Jax Man, du machst AD Schaden Ich hab das selber Au, au Dieser Support Na, das mit dem Grab war nicht so gern Das heißt, wir können also Ficks zum Melkos hinzuziehen ist Super, ja Ja, ich glaub ich war mal jetzt noch Oh, Schaden Jetzt lass sie bringen Ja, ich komm mit dir Ja, aber wenn du einen doubled Ja, ich komm mit dir Boah, macht der Damage halt so Na Na Ich kann das Ich kann das Ich kann das Frozen Heart Levels Ziemlich geil Oder Sunfire Kick Ja, ich kann mit dir Ja, ich kann das na Ja, ich kann das Ja, ich kann das Ja, ich kann das jedes Mal Naja, sie haben auch Falsche gerackt Du buffest immer noch ab Chris, der Chex kommt für dich, gell? Der Joker ist da Wo ist er? Ja, du warst Du warst Er ist ein Blitzkrank, so sad Jungs, lass mal finish, oder? Ja, das ist ein bisschen Ich muss schon mal Bot weiter So, sie bleibt einfach unter dem Tor stehen Weiter Oh Das war jetzt eigentlich das nächste Schlag Noll, fuck Fuck, 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 fuck Oh, 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 oh Warte, bist du und Oder? Oh mein Gott, doch nicht Verdammt Oh, Magieresistenz gegen das scheiß Team Magic Nein Nein Hahaha Hahaha Das ist Damage Ja, ich bin ganz relativ stark Das Item ist eigentlich Endcard of Blitzkrank Ja, was kaufe ich mir Letztes Item Sunfair Cape Oder darf ich lieber einen Frost haben? Hm Schwierig Was hast du da eigentlich Was hast du da eigentlich, Lukas? Was hast du da für Item? Raid is glory Entropäe hab ich mir durchgewiesen Raid Item ist neuer Okay Ich weiß nicht ob Blitzkrank da so der optimal hält first Das soll jedenfalls ein lustiger sein Ja I am your worst nightmare Das soll ich mir Solo Baron machen? Ja Ja Dauert zwar halbestehen Aber Wie machst du das einmal? Alter Scheiße Okay, sie wissen Bescheid Wollen wir fighten? In two parts Oh ja Dann vier Ja 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 Das ist so Das ist so Das ist so Das ist so Du hast Verhandlungen um einen Kill von mir wegzuziehen Oder war übrigens irgendwo noch ein Spare Ähm Jack's Oh der Blitzkrank ist so peck wie dann in den neuen Seasons So, der ist ja finished. 2 Minuten, 36 Minuten. Victory! We'll be right back. Untertitelung des ZDF, 2020